Es war sicher auch als Erdkampfbomber, der dazumal im alten Krieg sicher vorgesehen worden ist. Anton ist ein Flugzeug, das an der Grenze zum Überschall fliegen konnte. Ein Unterschalljäger, als Erdkampfjäger vor allem eingesetzt. Und die, die uns noch kennen, haben eine Zielflugübungen gemacht. Das ist schon sehr eindrücklich zu sein. Zumal auch noch mit viel Freifall an der Bombe. Greats Release, er hat startet. Schön die Aussen-Tex aussen dran. Wunderbar. Und wir sehen wie näher der fliegt. Ähm... Will ich noch ein wenig den Zuckerchen dazu. Alfred fliegt Richtung A340, Airbus. Und er ist früher... ...Geschenkt Pido gewesen auf dem Hunter. Und zeigt sich, das Ding fliegt sich eigentlich mein Original. Recht, schnell, aber schön. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Musik Der Alfred hat den gleichen Flieger auch original geflogen, der J4094, Jäger 4094 und ich bin sicher eine besondere Freude heute hier noch zu fliegen, das Original ist heute ausgestellt und zwar im österreichischen Luftfahrtmuseum in Graz. Wenn man einen Jetflieger braucht, braucht man natürlich eine grosse Erfahrung. Einerseits fliegerisch, auf der anderen Seite aber auch technisch. Sehr aufschlussvoll, in so einem Flugzeug haben sie beim richtigen drin verschiedenste Technologien, die man braucht. Fuel Systeme, man hat in der Regel zwei oder drei Fuel Tanks, die hintereinander geschadelt sind, damit das Triebwerk immer versorgt ist mit Leistung. Da sind viele hydraulische Probleme drin, dann hat man Radbremsen beim Modal pneumatisch, nicht hydraulisch. Man hat teilweise Luftbremsen, Servus, sehr sehr auffällig. Schauen Sie mal, herzlichen Applaus, wunderbar, wie der Jäger, wie er das fliegt. Und wird sich sicher ein bisschen zurückerinnern, wie das richtig war. 100 Std. haben wir damals gekauft, für Samuel Schreiner Nummer 313 Mio. Hier kommen Sie mit einem Leitwerk für den Betrag rüber. Und der, der das originale Alloge in der Schweiz, der, der das jeden Tag für Alloge im Flügerkaserne in Tayern ist einer schön in den Platz hingestellt. Hier ruft ich also weiter. Herr, du bist klar, Herr Ferdinand! Du bist klar, Herr Ferdinand! Das klar auch! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020